Hast du schon Hunger? Was? Habt ihr schon Hunger? Du auch schon? Noch nicht so weit. Um 18 Uhr. Ja, Mama kocht hier, ne? Mama kocht hier, ne? Was? Ja. Und da fällt nichts runter. Nein, das ist ja eine Frechheit. Da fällt nichts runter. Fällt da nichts runter? Hm? Ja, ich mach grad Mittag für morgen. Bei uns gibt's morgen guten Hackfleisch. Mit Kartoffelchen und Möhren drinne. Ich brate das jetzt grad ein bisschen an hier. Ja. Das mache ich heute. Die Kinder spielen schön. Die bringen sie nachher gleich nach Hause um 18 Uhr. Ja. Mein Wasser kommt auch schon. Und du hast auch Hunger? Du hast auch Hunger? Hm. Du bist hingekommen und haust sie ab. Siehste? Siehste, siehste? Kleine Eifersüchtige. Kleine Eifersüchtige. Ablo, komm her, komm. Ja, da musst du gleich gucken, ne? Ja, komm her, komm. Komm, komm her, Ablo, komm. Heißt du Ablo? Oh, Flausche hat einen neuen Namen gekriegt. Heißt du jetzt auch Ablo? Ja, du heißt auch Ablo jetzt, ne? Komm her, Ablo. So, ja. Sieht schon lecker aus. Gibt es morgen. Gibt es morgen. Ja. 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 Ja.